Dann komm ich wieder. Ok, Libana wusste vom Spawn-Type. Double C4 kill! Was? Gar kein? Alter. Ernsthaft, die waren beide auf einer Linie. Nur noch ein Gegner übrig. Vom Feind kontrollierte Zone betreten. Sofort verlassen. Das Schwachsort ist gefährdet. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Oh mein Gott. Das ist jetzt richtig problematisch. Das ist doch mal entgegen, Mann. Das ist doch mal entgegen, Mann. Was? Es bleiben noch fünf Sekunden. Eigener Trupp Siegreich. Alle gegen... Ace! Nein, kein Ace. Vier geht's. Schläge mit Alkab. Es ist eine langen Hau... mit einer Schraubung versiegt. Das liegt meiner Schraubung an. Es ist eine sehr... letzter verbleibende gegner die gebeten schott kann halt recht rein unter dir wer braucht das hier nur noch einer vom eigenen trupp ja die sind kein jetzt rechts nebenraum und dann 15 sekunden den raum sicher es bleiben noch zehn sekunden es bleiben noch fünf sekunden gegner neutralisiert eigener druck erfolgreich wir haben ihre versuche sicherung des bio gefahrgut behälter abhalten was die gegner sichern den gegner von der sicherung für uns um versuch das war nämlich kompletter verbleiben der gegner wunderbar eigener vom siegreich alle gegner nicht wie wenn die davon ist verdient nein wo ich nun kessel gibt mir alle gibt mal einen kitzel wenn ich mit kesseln es machen ob wir nicht die dann 20 europäische frage ja okay das ist schwierig mit kesseln so schwierig mit kesseln ist ja ich habe in der spiel nicht gekauft habe ich habe den gestern 20 europäische frage gegeben wir gehen ein bisschen ab ich verlor mich verlor mich so ein kill mache ich eben alle auf dem dach also sorry man er hat mich grad nicht klappt schoffen ich will er nicht ich will er nicht nein der oben sind noch zwei vom feind kontrollierte zone genau da waren zwei die waren das auch noch links da kam vier kids man ernsthaft ich habe das ace nicht siehst du denn da hast du keine 20 europäische taten ich gebe das ace scheiße mal da ist das gläse das ganze ist ganz hinten durch das ganze ich lade mein magazin der montagne ist da unten das ganze hinten durch das ganze hinten durch also auch haupt den gang ganz hinten 15 sekunden doch er kommt er kommt er ist links es ist das war doch gefahrgut behälter nur noch ein gegner übrig eigener trug hat gegner eliminiert das ich will ich jetzt nicht das alles oben nur noch 15 sekunden ja komm Treppe hinter dir glaube ich 10 Sekunden übrig alles egal nein wo? oben wann muss hier? nee weil nein ich weiß nicht haf ihn danke ziel ein ey ähm Schmuck ist verletzt nur Mute ok ok ein verbleibender Operator vom eigenen Grupp wo? feindliche Aktivitäten mit Sicherung des und sobald die Bedrohung neutralisiert ist ein Gegner verbleibt Gefahr und Behälter sicher eigener Druck hat Gegner eliminiert oben die Türfen hier oben der ist da am Fenster zwei Leute hey Pfosten ist zwei Leute hier lass 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 nee der geht weg sag doch nicht ja haf ihn extra Magatine da ist die Achtung da ist die Achtung weiter und wo ist Doc? wo ist Doc? wo ist Doc? wo ist Doc? bei Tomati ja erstes Fetscher ist gegen Gegner neutralisiert eigener Druck erfolgreich wer ist das Magazin geladen? da egal dein Ernst Mann hey reg mal nicht so auf Alter ja oh oh mein Gegner verbleibt ich lade nach da hinten im Weed Weed? glaube ich nicht ja doch ich hör nicht hier hinten doch dort ist im Weed Ja ich habe ihn gesehen herrinc du kannst den Raum kamen 어둡 Betty lade geiles komm, Alter. Der schlägt dich immer wieder. Oh, lol. Geil! Fast nix. Was hast du gemacht? Bäh. Lol. ja ich komme dann also meine käme ist noch im raum ja es ist noch ein raum ja doch ist mein gott ich habe es gesehen ein schuss wie hilft er dir nicht was ist nicht im raum wenn der schuss war geil in position der andere seite ja oben ganz oben ist ja noch rum kann man ja selber rumkriegen gehen wäre schön also unter den treppen ist doch den raum sichern und den biobehälter schützen nein die kommen wenn ein gegner verbleibt er hat mich verletzt wird nur aus dem mutgericht gesichert ja ja nein ich spiele das spiel smoke ist hinten bei den computern ja smoke ist da von unten oder unten ein verbleibender operator vom eigenen trupp ja gehst du nicht im raum du kannst versuchen doch zu pushen wenn doch wenn du doch kriegst ich bin gewarscht weiß aber nicht wo doch ist ja im raum halt 15 sekunden 5 sekunden mit sich um das fortfahren sobald die bedrohung aufsichern und den biobehälter schützen ey wir müssen nur noch treppen 5 sekunden 5 sekunden letzter verbleibender gegen schlau 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 mit sich um das behältes fortfahren sobald die bedrohung neutralisiert ist oh das ist dann nice geht rein schlau nein ich drohne ich drohne smoke ist da wo ist der ok ja ja hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab in der runde 3 kills gemacht ey ich hab gar keinen gemacht wie immer ach Gigi danke für diamant wieder ich hab zwei leute die scheiß decke du die sledge älter zum Glück hab ich sledge genommen nach fünf uhr schon nach fünf uhr schon für zwei runden ich wollte ich wollte um drei runden aus machen vier tausend fünf hundert vier tausend fünf hundert vier tausend fünf hundert dann immer dieses quitten dann immer dieses quitten ich hab das gehasst aber naja nach höhen und wegen ich hab endlich diamant geschafft am ende werdet ihr es sehen ich bedanke mich bei euch und ja vielleicht haben wir dann noch eine schöne zeit miteinander nach season 5 es kommt ja noch hongkong polen und südkorea naja dann wir sehen uns und genießt die zeit bei mir ich hoffe es gefällt euch lasst einen daumen hoch da und ja ah die ist nicht mehr in der garage die ist rausgegangen ah die ist wieder garage die ist los die hat 3hp die hat 3hp die hat 3hp er ist das garage gewesen die hat 3hp ja und baustelle die drohne die drohne ich hab die drohne nebenraum rechts von dir ein gegner gleich du bist mal baustelle ok warum hat der hier markiert wir sind ja vorne glaube ich ich muss doch pissen wir sind in den ich bleib safe die hat nur noch 3hp also wird der drohne aus also wird der drohne aus ja ne das ist lobby 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 naja ich bin hier er eliminiert missionserfolg für eigenen tropen jetzt muss ja ah nein du warst ja schon wieder diese season noch nicht ja aber sonst hätte ich jetzt gesagt du vor euch ist jetzt bestimmt so wichtig dass du lieber bist aber du warst ja schon mal wieder ich bin jetzt endlich gold gerade wieder diamant da ist es finally alter weiter ja 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 das ist mal so gut kommen zu mir wir haben zwei gleichzeitig platziert gerade das ist die neue die neue Transformation Power Transformers die Hälfte